hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge final fantasy 13 in der letzten folge hat mir so einen fetten gegner fertig gemacht der dann diese kugel hier gebildet hat ich habe noch keine ahnung was es damit auf sich hat die hat sich dann einfach mal so spontan gebildet können wir damit was machen können wir nicht aber vielleicht kann man die mission nach vorne abgeben jetzt mal die mini karte wieder aufrufen so abgeschlossen so was hatten wir doch schon ne mal von den falls sie verflucht und voller hass auf alle lebenden sind die stärksten blablabla wird von einem genannten das hatten wir alles schon nein so schön haben wir die einmal die abgeschlossen dann können wir erstmal zurücklaufen was es damit jetzt auf sich hat weiß ich noch nicht vielleicht erfahren wir das später erst mal müssen wir ein ganzes stück zurücklaufen warum weiß ich gar nicht aber wir sollen auf jeden fall in diese richtung so hops 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 so jetzt können wir den annehmen den kennen wir ja schon mission annehmen dann machen wir den auf dem weg jetzt platt so die anderen kommen langsam nah kann ich an den vorbeikommen nein geht natürlich nicht egal machen wir es einfach fertig würde fast schon sagen zuerst den großen ah ne erst den kleinen ach ne erst den kleinen Einfach damit wir ein bisschen mehr Schaden abkönnen und so. So und ich sollte das ein Kinderspiel sein. Alle auf Snow fixiert und wir klopfen so drauf. So und ich glaube das ist auch alles so gut. So jetzt ist mir noch der gute Dicke da übrig. So ab in Schock. Und ab nach oben mit dir. So und das war's. Das gibt 4 Sterne, 2.120 Kristallpunkte und Bestienhorn. Und wir dürfen weiter ziehen. So die lassen wir mal links liegen. Bzw. Willst du hin? Geh weg. Einmal nochmal schnell auf Karte gucken. Genau, wir müssen da lang. Komm lass mich, lass mich mal. Lass mich doch mal. Ach gut. Wir müssen ja nicht immer alle kalt machen. Ich glaube der Gegner der jetzt kommt wird schwer genug. Na gut, stürzen wir uns in den Kampf. So jetzt gehen wieder alle auf Snow. Und wir kloppen so drauf. Und wir kloppen so drauf. So jetzt ein bisschen in den Heiler gehen. Und dann ist das gleich geritzt hier. So weg. Oh, hope, hope, hope. Hope auf Heilung. Ah, Hope hat's hinterlich. Erstmal Snow heilen. Jetzt holen wir Hope ins Leben zurück. So, der ist auch weg, jetzt kümmern wir uns um den Großen hier. So. Ach, verdammt. So, der geht jetzt erstmal fliegen. Und Tschüss. So, die Mission hätten wir auch erledigt. Einfach mal so auf dem Weg mitgenommen. Perfekt. Das gibt drei Sterne, 2520 Kristallpunkte und drei Bestienhörner. Und Mission erfüllt. Donnerkeilring. Sehr schön. Und neuer Daten-Lock. Aber wir laufen erstmal weiter. Versuchen uns hier vorbeizumogen an den drei. Klappt ganz gut. So, dann möchte ich nochmal auf Karte gucken. Wo müssen wir hin? Ah. Da ganz hinten zurück. Naja, geil. Da vorne können wir erstmal speichern, wenn wir da überhaupt hin kommen. Wow. Kommen wir hin. Sehr schön. Speichern. So. Ganz ehrlich, gegen die beiden möchte ich jetzt auch nicht kämpfen. Aber wir haben nur noch einen Blender. Hm. Versuche ich es erstmal so, oder? Ist ja echt blöd. Vielleicht schaffe ich es. Jawoll. Oh, ich dachte da liegt gerade was. Ist aber nur so eine komische Blume. So. Dann haben wir das Ziel auch gleich schon wieder erreicht. Die haben wir ja alle schon mal platt gemacht. So. 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 Oh. 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 Oh, oh. Oh. Nichts wie hinterher. Ja, dann mal hinterher. Der fliegt am Himmel, Leute. So, neuer Datenlog. Wo müssen wir denn dann dafür hin? Den ganzen Weg zurück. Und da oben hin, okay. Okay. Das wird ja eine Aktion. Ach, das Speichern spare ich mir jetzt einmal da vorne. Ich versuche jetzt einfach mal ein paar Gegner zu umgehen. Hallo, Freunde. So. Ich sehe nichts. Ich will in die Richtung gucken. Egal. Volles Risiko. Ne, hat nicht geklappt. Egal. Ist ja nur eine Riese. Ein Riesenpudding. Boah, haut der rein. So. 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 So, auf Wiedersehen. So, und den müssen wir jetzt irgendwie einen Schock kriegen. So schnell es geht. Ja, das sieht aber gut aus. Boah. Aber dafür ist er im Schock. Und der geht jetzt erstmal fliegen. Beziehungsweise lasse ich mich doch von hochgrad nochmal ein bisschen heilen. Und gehe gleich wieder in den Brecher und Verheere. So, erledigt. Fünf Sterne, 1800 Kristallpunkte. Keine Gegenstände. Und davon haben wir wieder so einen tollen, super Kollegen hier. Hm. Ja, an dem müssen wir doch irgendwie vorbeikommen. Ich versuche es erstmal so. Ja, klappt. So, da dürfen wir speichern. Das mache ich auch gerade schnell. Einfach nur zur Sicherheit. So. Kommt schon, bewegt dich, Lightning. Und so weit haben wir es gar nicht mehr. Hopps. Und hopps. Hopps. So, und da sind wir, glaube ich, auch schon. Ach, wir müssen noch weiter. Aha. Ach, der schneidet uns total den Weg ab. Egal, die kriegen wir leicht fertig. So. Kloppen wir den nach oben. Der ist weg. Der nächste so gut wie im Schock. Au. Das hat gesetzt. So. Sind noch drei übrig. Sind noch zwei übrig. Oder ist es nur noch der eine? Ich glaube, es ist nur noch der eine. Im Schock. Und auf Wiedersehen. So. Fünf Sterne. 1.760 Kristallpunkte. Weichleder und Leder. Nehmen wir alles mit. Vorne dürfen wir wieder speichern. Ach ja, speichern, speichern, speichern. Weißt du was? Neuer Speicherstand? Nein. Neuer Speicherstand. Machen wir einfach mal einen. So, der Zielort wird garantiert nochmal umspringen jetzt. Ne, doch nicht. Coole Musik. Am Bergsockel. So, da haben wir ein paar Schnecken. Ach schade, ich dachte, ich krieg die im Präventivschlag. So, zwei haben wir erledigt. Und der Begitter. Und der vierte. Das gibt auch nur leider drei Sterne, weil wir doch zu langsam waren. 960 Kristallpunkte. Und Dreckschmiere. Lecker. Da reibe ich mich zu Hause immer mit ein. So, da ist wieder Pudding. Den möchte ich gerne überraschen. Wenn er mich denn lässt. Ach Mist. Egal. Kriegen wir auch so fertig. So, der ist im Schock. Und gleich auch wieder weg von der Bildfläche. Oh, was wird denn mit dem jetzt? Oh, wird er auf einmal so groß. Und ab nach oben mit dir. Und das war's. Das gibt drei Sterne, 960 Kristallpunkte und keine Gegenstände. Aber wir dürfen weiter. Wo müssen wir denn hin? Wir waren auf jeden Fall schon mal da, wo wir hier und da mal eine Kiste gekriegt haben. Oh, so weit. Ah ja, die hatten wir ja. Genau. Ach komm, Präventivschlag. Dann nehme ich auch gleich das Beben. Wo lohnt sich das? Das lohnt sich gar nicht, glaube ich. Und ab nach oben mit dir. Und ab nach oben mit dir. Und auf Wiedersehen. Wir dürfen weiter. Mit fünf Sternen und 1160 Kristallpunkten. Schwabbelschleim und... So ein komisches Öl. Ah ja. Ach komm. Der lässt uns einfach so vorbei. Oh, Kollege. Der lässt uns auch einfach so vorbei. Wie nett. Aber die nicht. Die haben wir auch gleich. Na komm schon. Ja nur noch der Karamell, ähm... Boah. Der Poding. Karamell-Poding-Variante. So. Das war's auch schon. So. Das gibt fünf Sterne. 1160 Kristallpunkte. Keine Gegenstände. Und an der Stelle darf ich mich fürs Zusehen bedanken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Megidi. Macht's gut. Ciao.